Neulich Neulich Kommen Sie, Madame, oui, Monsieur, kommen Sie, Monsieur, heute Nacht Mittag zu mir zum Tee, so muss das wohl immer sein, erst sagt jede Frau, oh nein, aber schon beim zweiten Mal wird dieses Nein verteilt, drum ist's immer wieder schön, zwei Verliebten so zu sehen, wo das Herz in Liebe brennt, gibt's stets ein Happy End. Oui, Madame, vis-à-vis, Madame, wohnt ein junger Mann, der ist verliebt in Sie, Madame. Oui, Madame, sagen Sie, Madame, gehen wir noch ein bisschen bummeln auf der Römer, Madame. Oui, Madame, vis-à-vis, Madame, wohnt ein junger Mann, der ist verliebt in Sie, Madame. Ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017